Und es ist unheimlich wichtig, dass man die Arbeitsprozesse des Teams und der einzelnen Menschen so gut wie möglich kennenlernt, weil ich dann dementsprechend sehe oder wenn ich dann gezieltes Feedback auch zurückbekomme mit eben, ja ich schaffe die Deadline nicht oder bei der Lösung haben wir ein Problem gehabt oder wir wissen nicht, wie wir weitermachen können, dann kann ich entsprechend handeln, um quasi weiter zu unterstützen. Aber das geht halt nur, wenn beide Seiten das eben richtig angehen und diesen Prozess halt wirklich vorantreiben. Weil das geht eben nur, wenn ich als Führungskraft tatsächlich versuche nachzuvollziehen, wie meine Teams oder mein Team arbeitet. Das geht aber nur, wenn ich als Team quasi reflektiv genug bin und auch offen genug bin, auch Feedback tatsächlich zurückzumelden. Das ist ja wieder irgendwie schön, dieser Teambegriff, den wir ja schon vor Ewigkeiten mal hatten, das ist, oder vor allem wenn wir das aus dem Sport wieder nehmen, das ist ja so das Versinnbildlichen für alle Arbeiten zusammen, um sich gegenseitig und einzeln und überhaupt quasi besser zu machen und voranzubringen. Und da kommt wieder das ins Spiel. Das heißt, das ist ein Prozess, den beide geben müssen. Also sowohl das Team als auch die Führungskraft müssen dieses Feedback einfordern und geben können auch. Also es ist irgendwie so ein sehr dynamischer Prozess. Also es ist irgendwie so ein sehr dynamischer Prozess. Also es ist irgendwie so ein sehr dynamischer Prozess.